Unser Leben lang arbeiten wir fleißig. Okay, die meisten von uns. Nicht alle. Einige kiffen lieber, aber um die geht es hier jetzt nicht. Es geht um diejenigen von uns, die wir einen beträchtlichen Anteil unserer Einnahmen artig in Form von Steuern in die Staatskasse einzahlen. Wir zahlen Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Tabaksteuer, Kfz-Steuer, Mineralölsteuer, Alkoholsteuer, Kaffeesteuer, Vergnügungssteuer, weiß der Geier, was noch für eine Steuer. Und am Ende unseres Lebens wartet dann die letzte aller erfundenen Steuern auf uns, die Erbschaftssteuer. Eigentlich wartet sie nicht auf uns, sie wartet auf unsere Kinder. Denn wir sind zum Zeitpunkt der Erbschaft schon mit erhobenem Mittelfinger in Richtung Finanzamt in den ewigen Jagdgründen angekommen. Womit wir beim Thema unseres heutigen Beitrags wären. Am 16. Januar machte eine schockierende Headline in den deutschen Massenmedien die Runde. Erben wird 2023 deutlich teurer. Neue Erbschaftssteuer schlägt massiv zu. Die Botschaft war brutal und direkt. Vater Staat kassiert uns nicht nur bis zu unserem letzten Atemzug ab, er will da auch noch ein bisschen mehr abkassieren. Er kennt keine Skrupel, nicht einmal beim Tod eines Menschen. Unseren Erben wird noch mehr abgeknöpft. Und sind keine Erben da, greift der Staat sowieso selbst zu. Klingt unfair? Ist es auch. Ist das makaber? Absolut. Erfunden wurde die Erbschaftssteuer in Deutschland im Jahre 1906. Seitdem regelt sie, wie viel Steuererben zahlen müssen, wenn sie einen Nachlass übernehmen. Die Höhe des Prozentsatzes hängt vom Verwandtschaftsgrad zum Verstorbenen und von der Höhe des Erbes ab. Je höher der Verwandtschaftsgrad, desto niedriger fällt der Steuerprozentsatz aus. Wie auch bei Lohn- und Einkommensteuer steigt die Erbschaftssteuer dann mit der Höhe des Nachlasses. Es gibt steuerliche Freibeträge. Sie richten sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis. Dabei werden die Verbliebenen in drei Steuerklassen eingeteilt. Die erste Steuerklasse umfasst Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, Kinder, Eltern, Großeltern. In der zweiten Steuerklasse sind Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern und Schwiegerkinder zu finden. Die dritte und letzte Klasse umfasst Nichtverwandte, Freunde und Bekannte des Verstorbenen. Innerhalb dieser Steuerklassen gibt es nochmals Abgrenzungen. Während dem Ehepartner beispielsweise ein Freibetrag von 500.000 Euro zusteht, beträgt der Freibetrag für Eltern nur noch 100.000 Euro. Werfen wir mal einen Blick auf den Erbschaftssteuersatz. Hier wird's kompliziert. Denn die Höhe des Steuersatzes ist, wie schon erwähnt, von der Steuerklasse und der Höhe des Erbes abhängig. So ist zum Beispiel der Steuersatz für Kinder niedriger als für Geschwister. Alle Steuersätze steigen aber mit der Höhe des vererbten Vermögens. Ein kurzes Beispiel. Wenn die Ehepartnerin eines Verstorbenen 100.000 Euro über dem Freibetrag erbt, zahlt sie 11% Erbschaftssteuer, also 11.000 Euro. Wenn hingegen die Schwester des Verstorbenen die gleiche Summe erbt, zahlt sie bereits ganze 20%, also 20.000 Euro, und das von einem Erbe, welches bereits zu Lebzeiten mehrfach besteuert wurde. Klingt nach Doppelbesteuerung. Ist es auch. Aber so ist das nun mal. Egal, ob sie Geld verdienen und es dann für Bier, Benzin oder im Bordell ausgeben, jedes Mal, wenn wir unsere Kohle über den Tresen schieben, besteuert uns die Regierung doppelt und dreifach. Wenn alle diese Steuereinnahmen auf bereits versteuerte Einnahmen einem guten Zweck zukommen würden, hätten wir ja eventuell nichts dagegen. Tun sie aber nicht. Weiter im Text. Zurück zur Erbschaftssteuer. Sie gilt aber nicht nur für finanzielles Vermögen, sondern auch für geerbte Häuser und Immobilien. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Erbschaftssteuer für Kinder oder Ehegatten entfallen. Dafür muss der Verstorbene die Immobilie zu Lebzeiten selbst bewohnt haben, doch nicht allein. Auch der oder die Erben müssen die Immobilie mindestens 10 Jahre lang bewohnt haben. Für Kinder gibt es noch eine seltsame Zusatzregelung. Die Immobilie darf nur eine Wohnfläche von maximal 200 Quadratmetern haben. Alles, was darüber ist, muss versteuert werden. Hier fragt man sich doch wirklich, wer sich diese Regelungen überlegt hat. Von der Erbschaftssteuer ausgenommen ist lediglich der persönliche Nachlass. Bestehend aus Kleidung, Möbeln, Hausrat und persönlichen Gegenständen. Doch nicht ganz. Wenn zu den persönlichen Gegenständen Kunst oder Schmuck zählen, sind auch diese steuerpflichtig. Wer die Erbschaftssteuer umgehen will, sollte sich mal über Schenkungen zu Lebzeiten Gedanken machen. Auch hier fällt zwar eine Schenkungssteuer an, doch diese fällt wesentlich geringer aus. Denn alle Freibeträge dürfen alle 10 Jahre voll ausgenutzt werden. Wenn Sie Ihrer Schwester beispielsweise 40.000 Euro vermachen wollen, können Sie ihr in einem Abstand von 10 Jahren jeweils 20.000 Euro schenken. Das ist dann völlig steuerfrei. Wenn Ihre Schwester besagtes Geld jedoch erbt, müsste sie 3.000 Euro an Steuern zahlen. Ungerecht, oder? Zum Glück haben die meisten von uns keine 20.000 Euro zu verschenken. Diese 20.000 Euro mussten wir Vater Staat geben, als er uns 19% Mehrwertsteuer, 45% Lohnsteuer und 52% Steuern auf Benzin abknöpfte. Mit Blick auf diese Fakten ist es nicht verwunderlich, dass in Umfragen etwa 70% der Befragten die Erbschaftssteuer als unfair bezeichnen. Schließlich wird Vermögen, das bereits zu Lebzeiten durch ehrliche Arbeit verdient und versteuert wurde, ein weiteres Mal geschmälert. Die Freibeträge mögen zwar großzügig erscheinen, aber gerade bei Immobilienbesitz werden sie recht schnell überschritten. Hinzu kommt, dass den Erben in der dritten Steuerklasse nur ein Freibetrag von 20.000 Euro zusteht. Wenn der Verstorbene also keine Familienmitglieder hinterlässt, zahlen seine Freunde eine satte Zeche an den Staat. Und was ist, wenn sie gar keine Erben hinterlassen? Dann gehört dem Staat ohnehin alles, was wir hinterlassen. Von der Bibel bis zum letzten Bierdeckel. Befürworter der frei erfundenen Erbschaftssteuer argumentieren, dass diese ja eine Art verdeckte Reichensteuer wäre. Doch die Realität sieht anders aus. Berichte der Bundesregierung aus dem Jahr 2018 zeigten, dass auf Erbschaften von mehr als 10 Millionen Euro so gut wie keine Steuern gezahlt wurden. Rund 600 ziemlich reiche Deutsche erbten insgesamt 31 Milliarden Euro und zahlten dafür im Schnitt nur 5 Prozent Erbschaftssteuer. Manche gingen sogar komplett steuerfrei aus. Wie kann das sein? Für Unternehmen gibt es eine Reihe von Ausnahmeregelungen. Wenn ein Unternehmen vererbt wird, muss meist weniger Steuer gezahlt werden als für sonstige Vermögenswerte. Das Bundesverfassungsgericht hat die Deutsche Erbschaftssteuer aus diesem Grund bereits mehrfach als verfassungswidrig deklariert. Geändert hat sich bisher dennoch nichts. Die Reichen profitieren weiter, während der Mittelschicht beim Erben ordentlich Kohle abgeknöpft wird.